Extension-Projekt ist ein sehr interessantes Projekt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich an diesem Projekt teilnehmen durfte. Ich bin seit einem Jahr an diesem Projekt beteiligt und in dieser Zeit besuchte ich viele Schulen in ganz Österreich, vor allem in Oberösterreich, in Salzburg und auch in Wien. Und über die Schüler und die Schülerinnen, alle, die haben mir viele Fragen gestellt und sie waren sehr neugierig und daran interessiert, was ich ihnen erzählt habe. Also ich habe nur gute Erfahrungen gemacht und eine Frage, die mir immer gestellt wurde, wie bin ich nach Österreich gekommen und wie schwierig es war, nach Europa zu kommen. Und endlich über dieses Projekt habe ich sehr viele Menschen aus verschiedenen Ländern kennengelernt und ich bedanke mich, dass mir das Exchange-Projekt die Gelegenheit gegeben hat, über meine Geschichte zu erzählen.